ich heiße max und sie herzlich willkommen ich bin schauspieler am theater baden baden und sie sind zu hause am bildschirm und ist auch gut so aber damit sie zu hause am bildschirm nicht eingehen gehe ich für sie aus in die stadt die stadt kommt zu ihnen nach haus und hier haben wir einen wundervollen brunnen zu dem es eine ganz tolle geschichte gibt es heißt früher hätte mal ein baden badener vielleicht ein rentner nicht war möglich wäre es eine starttour auf dem augusta platz umgefahren ja früher sind die rentner noch viel schneller gefahren ich habe gehört jetzt ist das anders als hier zone 30 eingeführt wurde da sollen sich ja etliche ältere herrschaften beschwert haben und gesagt haben nee so schnell will ich nicht fahren damals aber hat man sich entschieden man muss ja hier eine neue statu hinstellen und in der kunsthalle wurde gerade eine schöne statu ausgestellt nämlich die da und die hat man dann nicht wahr noch mal hergestellt und hier hingestellt und jetzt kommt damals war den baden baden an diese statu anscheinend zu nackt und da haben sie also es gab zumindest einen der hat jeden tag in einem kinderladen dieser statu an sich sachen gekauft und sie angezogen aber weil das verboten ist eine statu anzuziehen ist die polizei morgens gekommen und hat die statu wieder ausgezogen das ist doch wirklich toll ja apropos kinder ich vermisse die kinderfreundlichkeit in baden baden viele kinder in baden baden sind nicht freundlich und apropos nackter knabe ich habe gelesen das gesundheitsamt hat rausgegeben jetzt in corona zeiten reicht es vollkommen aus wenn man mit handschuhen und mundschutz rausgeht ich habe das probiert machen sie das nicht nach alle anderen hatten pulli und hose und so weiter ja